Yo Leute, da sind wir auch wieder. Da, wo wir vorhin aufgehört haben. Ich bin immer noch hier in diesem tollen Raum. Und muss ein Rubin nach dem anderen zusammen sammeln, ohne runterzufallen und innerhalb von 1,15. Das müsste zu schaffen sein. So, da hinten hin. So, 30 Sekunden sind rum. Ich hab noch nicht sonderlich viel, weil ich falsch angefangen hab. Und den da hinten krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den hab ich. Jetzt wird's doch ein wenig knapp. Ja, der war spät zu eingeparkt. Komm, schau, der 5 war da hinten noch. Und unter einer Minute geblieben. Perfekt. Gut, es ist vorbei. Ach, 59, 69, wow, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. An Fuffi. Das muss ich mir notieren. Wie war der Name, Kindchen? Hm, hm. Das lag sie ja. Ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Soll ich mich Deko nennen? Schau morgen nochmal rein, falls du das einrichten kannst. Und wie ich das werde, ihr werdet heulen. So, das war's auch am ersten Tag. Äh, ich beame mich auch gleich in den... Lasst mich überlegen. Ja, in den zweiten Tag. Sehr gut. So, oder? Hahaha, wartet mal kurz. Ähm, es gibt ja auch noch nachts draußen was zu entdecken, was schön ist. So, dazu gehe ich an eine bestimmte Stelle. Gibt ja noch mehr zu holen in der Stadt. Oh, oh, oh. Nämlich hier, in diesem Steinkreis, komm, nach 12 Uhr, kommt da so ein Verrückter und tanzt da so komisch. Also, bis um 12. Jawohl, da sind wir auch wieder. Gleich ist 12. Da, 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 da. Und da ist er. Die Dröte. Guckt ihn euch an. Geilen Sound hat er, ja. Nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Mein Tanz könnte ich nicht schenken der Welt. Übersetzung, keine Ahnung, bla, Schwachsinn reden. Der geisthafte Tänzer irgendwas? Hole man halt mal raus aus seinem Tief. Lass mein Tanz sich über das Antlitz der Welt verbreiten. Lehre ihn meinen zukünftigen Jüngern. Übersetzung, ich habe ihn dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Und wir haben Kamaros Maske erhalten. Benutze die Maske um in der Wälder. Kamaros einzig mal im Tanzstil. Bla, bla, bla. Ich zähle auf dich. Übersetzung, ich zähle auf dich. Gut. Die Maske können wir auch sofort einsetzen. Kurve. Ja, gehe ich halt hier rein, wenn es sein muss. Ja, um zwölf wird ja auch noch hier die Oma überfallen. Meine Güte, da geht es wieder ab. Ach so. Keine Ruhe in der Unruhstadt. Ha, kapiert. So. Gehen wir nämlich mal hier in den Westteil. Zu den Mädels, die hier versuchen zu tanzen. Kamaros Maske. Vorneit ranstellen und tanzen. Links sieht leicht bescheuert aus. Danke, dass du uns diesen Tanzball gewartet hast. Du bist unser Meister. Herbst Dalf. Du hast dein Netz halt gefunden. Sammle vier für den Container. So, das wird jetzt auch noch festgetragen. Festgehalten. Was auch immer. So. Jetzt machen wir aber endlich mal wieder Tag. Und gehen zuallererst zu den Dekus. Den noch mal ein Schrecken einjagen. Und dass sie es mit mir nicht aufnehmen können. Ho, 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 ho. So, rollen geht hier doch schneller. So. Geh rein. Ja, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Gut. Auf welcher Seite kommen die? Ja, die kommen von... Ja. Doch so hier. Alles klar. Das Lachs hier, Kindchen. Ha, ein Spiel. Zehn Rubine. Versuche wieder alles zu fangen. Ja, ja. Der Rekord liegt wieder bei 1,15. Viel Glück. Ich will aber in diese. Verdammt. Ah, wieder mit dem Falschen gesprochen. Los geht's. Zuerst versuche ich den Außenring zu ergaunern. Und jetzt ein bisschen warten. Jetzt hat er die falsche Taste. Oh, Mann. Oh. So. Jetzt kann ich aber zum Richtigen. Das war wieder die falsche Seite. Daran hat's gelegen. Nur daran. Ja. Rekord 1,15. Ich weiß Bescheid. Komm. Lass uns loslegen hier. Jetzt warte ich aber ab. Auf den großen Blauen. Da kommt er. So. Jetzt. Ah. Geht doch. Oh, Mann. Warten, 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 warten. Ja. Den grün hab ich. Ah. Jetzt geht's weiter mit euch. Wo ist mein Schatten? Da ist mein Schatten. Und den hab ich auch. Ja, was mach ich denn? Na gut, nehm ich den halt. Scheiße, wie kann ich denn jetzt an den rein? Okay, noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten. Ich kann nicht mehr lange warten. Zeit, rind weg. Oh, oh, da wird aber scheiße knapp, bitte. Nein, du Ratte. Du elende Kanalratte. Oh, ne Fucke. Bis zum nächsten Mal. Ha, 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 ha. Eine Minute, 1,35. Wow, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Wieder 50 Rubin. Schau doch mal wieder rein, Slachsikinchen. Leute, ich hab ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. He, 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 he. Ha. Gut. Ja. Die Zeit reicht eh nimmer, um noch großartig was weiter anzufangen. Ach ja, am zweiten Tag regnet's ja immer. Dillum, 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 dillum. Gehen wir doch gleich mal. Rollen wir doch gleich mal. Das geht nämlich schneller. In die Ost- und Ruhrstadt. Und Versuchen es beim Bombenladen am zweiten Tag. Ja. Aber zuerst werde ich in eurer Abwesenheit die Schießkacke machen. Das Video ist eh gleich vorbei. Also bis zum nächsten Mal, ne? Slachsi. Bis zum nächsten Mal.